Mein Name ist Deja. Ich bin Frisur und komme aus Bonn. Ich bin geflüchtet vom Irak mit 15. Und nachdem ich hier angekommen bin, wusste ich niemandem, wie alles das hier so funktioniert. Und da habe ich in der Berufsschule verschiedene Praktikums gemacht. Und durch das Frisurpraktikum dann ist es tatsächlich dazu geworden, dass ich Frisur geworden bin. Und als Frisur habe ich tatsächlich so viele verschiedene Menschen hier, dass ich es geschafft habe, Kunden zu Freunden zu machen. Ich würde sagen, dass es tatsächlich sehr viel Selbstbestimmung ist in meinem Salon, weil ich das tue, was ich für richtig halte. In meinem Alltag ist es halt sehr viel Übung, sehr viel Training, weil ich ja auch sehr viel international Show mache. So wie Berlin Fashion Week mache ich sehr viel. Die Weltmeisterschaft haben wir letztes Jahr gemacht. Ich habe drei Pokale mit nach Hause gebracht. Ich verstehe tatsächlich sehr, sehr viel auf Übungen und Abendübungen und Weiterbildung. Die Ausbildung der jungen Menschen ist mir tatsächlich sehr wichtig. Das ist die Zukunft, die wir Frisur und alle Handwerker wirklich brauchen. Also ich habe immer Asubi hier und ich lege sehr viel Wert darauf, ein Ausbildungsbetrieb zu sein. So habe ich auch gelernt. Und die Ausbildung hat mir das ermöglicht, warum ich jetzt bin. Und dadurch lege ich auch sehr viel Wert darauf, was ich gelernt habe, weiter in meinen Asubi weiterzugeben. Ich mag nicht das Chefgefühl haben. Ich will alles anders machen als Chef. Ich will eher Kollege sein und das Handwerk richtig so beibringen. Also ich bin derjenige, der sagt, okay, mach lieber einen Fehler, aber wiederhole diesen Fehler nicht mehr. Dann bist du sehr schlau. Sonntag, Montag habe ich frei und ich freue mich, jeden Dienstag wieder im Salon zu sein. Und ich sage es jedes Mal, wenn einer reinkommt, ich freue mich darüber, jeden Einzelnen wieder zu treffen. Mach aus deinem Leben ein Werk.